Hallo, ich bin Ronja und wir befinden uns hier im Himalaya und zwar bei unseren roten Pandas, also rechts von unseren Schneeleoparden. Und ja, auch rote Pandas sind stark gefährdet. Es sind jetzt aktuell fast weniger als 10.000 Tiere in seiner Natur, in seinem Verbreitungsgebiet ist er eben stark gefährdet, gerade durch den Lebensraumverlust. Dort werden auch die Wälder abgeholzt. Der Mensch breitet sich aus, auch in Asien. Und auch gerade wegen seinem wunderschönen roten Fell ist der Panda eben auch so begehrt auf dem Schwarzmarkt. Da werden immer noch viele Tiere leider gewildert und eben dann verkauft. Und unsere Alten können zwar nicht mehr züchten, aber es ist natürlich ganz wichtig auch, dass wir hier im Zoo den roten Panda halten. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum züchten wir hier im Zoo Leipzig aktuell nicht? Da gibt es verschiedene Gründe. Also Lilo und Simei sind jetzt in einem Alter, wo sie einfach nicht mehr zur Zucht gemacht sind. Aber das ist auch nicht schlimm, denn wir brauchen natürlich auch hier in unserem Zoo haben erstens auch alte Tiere ein Recht zu leben. Hier werden sie natürlich durch gesunde Ernährung, medizinische Versorgung viel älter als in der Natur. Aber wir brauchen natürlich auch Vertreter ihrer Art, hier im Zoo, die den Besucher zeigen, schaut, ich bin ein kleiner roter Panda und meine Artgenossen sind bedroht. Denn viele Leute kennen verschiedene wilde Formen einfach nicht. Und wenn man es nicht kennt, kann man es auch nicht schützen. Und ja, der Zoo Leipzig unterstützt eben auch das EEP, was der rote Panda auch hat. Und da insbesondere das Forest-Guardians-Programm. Das ist eben so, da werden die Wälder gesichert. Da laufen dann Ranger durch die Wälder und schauen eben, dass die Pandas dann nicht gewildert werden, weil sie eben so besonders schön sind. Also wenn man Erhaltungszuchtprogramme oder eben auch Organisationen mit kleinen finanziellen Mitteln unterstützt, die den Schutz dann dort sichern, so wird dann eben auch die Artgenossen und unserer Lilo dann eben auch geschützt. Ja und jeder Einzelne kann natürlich was gegen das Artensterben machen und auch gegen das Aussterben des roten Pandas. Beginnt mit kleinen Schritten, mit einer gesunden Lebensweise, mit Nachhaltigkeit und auch eben, dass man auf Tierprodukte verzichtet. Das geht nicht nur hin zum Fleisch oder zur Milch, sondern auch zum Pelz, den man vielleicht an der Jacke trägt. Das muss kein roter Panda sein, aber es war sicherlich auch mal ein anderes Tier. Und diese Denkweise müssen wir einfach ausstrahlen und müssen wir leben, denn dann können wir es auch in andere Kontinente und Wälder weitertragen. Und dann erhalten wir nicht nur hier unsere Fauna und Flora, sondern eben auch dort.